Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Ich darf euch heute die Cam-Back Tessa von Creareza zeigen. Ich habe die in Größe L genäht. Ich finde die ganz toll. Das ist eine ungewöhnliche Form, finde ich. Sie hat ein Reißverschlussfach außen und eins innen und verschiedene Einstecktaschen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hier seht ihr die vorbereiteten Teile. Ich dachte, ich nehme mir mal eine Weihnachtstasche. Das ist alles nach Schnittmuster, nach E-Book zugeschnitten und vorbereitet. Als erstes bügele ich auch nach E-Book die Bügeleinlage hinten auf die jeweiligen Stoffteile. Es geht los mit dem Außenstoff der Teile B, das sind die langen Streifen, und dem längeren Reißverschluss. Der ist großzügig bemessen. Ihr legt den Reißverschluss rechts auf rechts auf einen der Streifen. Der Reißverschluss soll nachher 1,5 cm breit sein. Mein Reißverschluss ist 3 cm breit. Das heißt, ich nähe mit einer Nahtzugabe von 0,75 cm einmal hier längs. Streifen hochklappen und ich steppe das jetzt schon mal knappkantig ab. Also auf dem Außenstoff einmal knappkantig hier rüber nähen. Jetzt wird der Reißverschluss am zweiten Streifen angenäht. Wieder rechts auf rechts zusammenklappen, bündig anlegen. Dabei darauf achten, dass hier die Ränder stimmen, die Kanten stimmen. Und wieder genauso nähen, wie eben schon auseinanderklappen und wieder absteppen. Zipper in die Mitte, Enden abschneiden mit ein paar Stichen über die Zähnchen. Die Enden sichern, damit euch der Zipper da nicht aus Versehen runterrutscht. Das Stück sollte 9 cm breit sein. Das hat bei mir gut geklappt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, übertragt ihr jetzt diese Markierung, diese 5 Markierungen auf die Außenseiten jeweils, mit einem kleinen Knips, etwa 3 mm lang. Es geht weiter mit dem Seitenteil eurer Tasche, und zwar das Teil, was nachher vorne ist, wo der Reißverschluss reinkommt. Da zeichnet ihr auf der Rückseite erstmal das Reißverschlussfach ein. Das habt ihr vorher rausgeschnitten. Schlitz in der Mitte aufschneiden, also die mittlere Linie schneiden und diese eingezeichneten Ecken. Jetzt legt ihr euren Reißverschluss, wie ihr ihn nachher haben möchtet, unter den Schlitz. Ihr legt den Reißverschluss so vor euch hin, wie er nachher im Täschchen sein soll. Legt den Schlitz mittig auf euren Reißverschluss, also auf die Zähnchen. Ich stecke mir da hinten jetzt in eine Nadel rein. Nur in den unteren Teil stecken. Mal gucken, ob das hier mitte ist. Jetzt wird der obere Teil umgeklappt. Und so wie es jetzt liegt, am Reißverschluss festgesteckt, geklebt oder geklammert. Und jetzt wird genau auf der eingezeichneten Linie einmal genäht. Ich würde hier verriegeln, hier rüber nähen, hier wieder verriegeln. Wie ihr sehen könnt, habe ich da eben schon mal genäht. Da habe ich den Fehler gemacht, dass ich dieses Stück direkt an den Rand gesetzt habe. Also das darf natürlich nicht so sein. Das kommt auf die Breite des Reißverschlusses ein. So sieht das von vorne aus. Schon mal hochgeklappt. So von hinten. Das ist genau auf dieser Linie genäht. Jetzt Nadeln raus. Unteren Stoff nach oben klappen. Wieder stecken, klammern oder kleben. Und auf der Linie einmal erbraucht ihr eure Teile F1. Bei einem Teil wird oben 1,5 cm abgeschnitten. Das sind die beiden Teile. Das kürzere, das schmalere könnt ihr erstmal wegpacken. Jetzt braucht ihr wieder euren Taschenteil. Der obere Teil von der Tasche wird wieder nach unten geklappt. Jetzt wird der Stoff dahinter gelegt. Und da ich diesen breiten Reißverschluss habe, ich will den aber auch nicht einkürzen, damit er nachher nicht irgendwie ausrappelt, lege ich den Stoff in Höhe des Taschenstoffes an. Also etwas weiter. Ich lasse den Reißverschluss etwas drüber lappen. Und zwar mittig. Das liegt mittig auf dem Außenstoff der Tasche. Hier oben guckt mein Reißverschluss ein bisschen raus. Ich nähe genauso wie hier schon. Reißverschlussfüßchen ist noch drin. Diese Naht einmal ab. So, dieses Stück wird weggeklappt, nach oben. Das kleinere Stück kommt ins Spiel. Es wird genauso angenäht. Also wenn ihr beides hier wegklappt, nach oben, und es einmal rumdreht, so ist es am einfachsten, dann legt ihr dies mit der rechten Seite auf die linke Seite vom Reißverschluss, an die obere Kante, so dass die Seiten hier natürlich aufeinandertreffen, an die obere Kante legen, stecken, kleben, klammern und auch hier einmal die schon vorhandene Naht nachnehmen. So sieht das aus. Einmal zum Bügeleisen gehen und die Stoffe schön vom Reißverschluss wegbügeln. So sieht das jetzt aus. Das ist vorne, hinten. Ihr klappt alles nach oben weg. Also den Innenbordel, der wird nach oben weggeklappt und jetzt wird unterhalb des Reißverschlusses einmal abgenäht, genau von der Ecke, also ein Stich drüber, weil ihr da nachher auch noch hochnäht, bis hier rüber und da auch genau ein Stich über den Ausschnitt hinweg nähen. Jetzt werden diese kleinen Dreiecke noch festgenäht. Dazu klappt ihr den Außenstoff und den Taschenstoff auch, noch weg. Klappt das Dreieck nach unten durch. Am besten hier so ein paar Klammern setzen und dann wird wieder genau auf der Linie einmal das festgenäht und das macht ihr auch auf dieser Seite. Jetzt sind alle Seiten festgenäht. Jetzt muss das natürlich noch abgesteppt werden. Unten habt ihr ja schon. Also fangt ihr jetzt hier an. Hier hoch, hier rüber und hier wieder runter. Den Oberfaden nachher nach unten durchziehen und auf der Rückseite verknoten. Von vorne schön. Hinten ist der Beutel noch auf. Den müssen wir natürlich noch zusammennähen. Den nehmt ihr hoch. Klappt das, was da drunter liegt, jeweils weg und näht einmal ganz drum herum. So, jetzt werden die Laschen vorbereitet. 2,5 und 4 cm sind vorgesehen. Mein D-Ring ist 3 cm breit, deswegen habe ich wie folgt gearbeitet. Jetzt braucht ihr eure Lasche, das ist die E2. Zeichnet euch die Mittellinie ein und klappt die Seiten bis zur Mitte. Das geht nur so, wenn ihr einen D-Ring habt, der 4 cm breit ist. Meiner ist tatsächlich 3,5 cm breit und deswegen habe ich das weiter nach innen. Also es klappt bei mir weiter übereinander. Der D-Ring soll da drüber passen. Das mache ich mit beiden Teilen. Dann wird der aufgefädelt und innerhalb der Nahtzugabe hier am Ende bei 0,5 cm schon einmal zusammengenäht. Wenn ihr mögt, könnt ihr, bevor ihr das zusammenlegt und näht, die Seiten einmal absteppen. Jetzt wird der äußere Ring der Tasche zusammengesetzt. Als erstes werden die Laschen einem Reißverschluss angebracht. Also, das überstehende Stück kann nachher weg. Ich lege die Lasche in die Mitte. Also so, dass es auf der Mitte des Reißverschlusses zum Liegen kommt, näht das innerhalb der Nahtzugabe fest und das macht ihr an beiden Seiten. Jetzt kommen die Teile C dazu. Die werden rechts auf rechts da drauf gelegt. Auch wieder am Rand. Und ich habe mir hier die Nahtzugabe von 1 cm eingezeichnet und genau da nähe ich jetzt auch runter. Jeweils rechts. Und die habe ich das eben schon mal genäht, aber hier dieser Abstand zu der Schnalle ist nicht so weit und da kommt dieser Höhenunterschied noch dazu. Also es ist tatsächlich wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu nähen. Und ich bin mit dem normalen Nierfuß hier hängen geblieben. Und jetzt habe ich den Reißverschluss Fuß nochmal eingebaut und ich hoffe, dass das mit dem besser funktioniert. bis jetzt gut. So sieht das aufgeklappt aus. Die Nahtzugaben werden in das schmalere Teil geklappt. Das heißt, bei mir liegen die schon so. Also die bleiben so liegen. Und dann wird hier einmal knappkantig abgestockt und das macht ihr natürlich auch auf dieser Seite. Jetzt fehlt noch das Stück Boden. Das ist das Teil D. Das wird auch rechts auf rechts an einer der Seiten angelegt. Bei 1 cm festgenäht. Dann zieht ihr das Ganze rüber und näht das hier auf der anderen Seite einmal fest. Die Nahtzugabe wird hier wieder Richtung Boden gelegt, also wieder Richtung Außen und abgesteckt. Jetzt könnt ihr gucken, ob beide Reißverschlüsse in die gleiche Richtung gucken sollen. Also ihr könnt es jetzt so rum drauflegen oder irgendein andersrum. Ich mache es so rum. Und jetzt wird es rundherum einmal festgesteckt oder geklammert. Die Markierungen treffen dabei natürlich aufeinander. Also ihr habt hier oben ja einmal die Mitte, dann habt ihr hier eine Markierung und hier. Und das sind die Markierungen, die wir ja auch auf dem Streifen gesetzt haben. Und dann kann man das, fange ich jetzt also hier oben an, stecke es hier zusammen und dann rundherum weiter festen. Das passt haargenau, also wirklich millimetergenau, drumherum. Und genau so wird jetzt auch genäht. Ihr nehmt euer Reißverschlussfüßchen, die Nadelstellung nach ganz links und dann kann man da wunderbar einmal ganz drumherum nähen. Das geht ganz gut mit dem Drumherum nähen. Ich habe mir das schwieriger gemacht, als es eigentlich ist, weil ich nämlich Dekofil Light genommen habe, statt einer Flieseline S320. Das habe ich jetzt aber erst gemerkt. Der Korkstoff an sich ist sehr, sehr dünn, also der lässt sich sonst wunderbar vernähen. Wie gesagt, ich habe die falsche Verstärkung genommen, aber dafür steht meine Tasche nachher umso besser. Das zweite Stück wird genauso angenäht. Ihr müsst natürlich den Reißverschluss öffnen, bevor ihr näht, weil ihr sie sonst ja nachher nicht mehr gewendet bekommt. Also wieder festklammern und dann einmal ganz drumherum nähen. So, das ist ganz gut zu nähen. Ich habe den Seitenstoff auf den Tisch gelegt und den Seitenstreifen runtergedrückt. Ich hatte es vorher in der Hand und habe es andersrum gemacht, aber natürlich soll der Stoff gerade liegen und deswegen macht es mehr Sinn, da drauf zu arbeiten. Damit die Form nach dem Wenden nachher gut ist, liegt die Nahtzugabe am besten Richtung Ring, also so rum. Und damit die da auch nachher zum Liegen kommt, nähen wir die Nahtzugaben fest, wo sie aufeinander treffen. Also hier ist das ja einmal so, nach innen klappen, hier mit ein paar Stichen festnähen mit der Hand, und hier ist das so, überall da, wo ihr so eine Quernaht auch habt, könnt ihr den Ring nach innen klappen und die mit einem und den mit einem Bergstichen hier befestigen. So sieht das jetzt bei mir aus. Das fühlt sich fast ein bisschen wie so ein kleiner Koffer an, dadurch, dass ich eben diese dickere, das dickere Vlies genommen habe. Hier oben, das dürft ihr auf keinen Fall befestigen, das muss so bleiben, das brauchen wir noch. Alles andere, ja, an den jeweiligen Quernähten habe ich genäht, den Rest habe ich ein bisschen geklebt, das soll mir verziehen. Und das ist das fertige Außenteil. Das könnt ihr, wenn ihr möchtet, schon mal umdrehen, müsst es dann aber nachher zurückdrehen. Ich lasse es jetzt so, weil ich Korken nicht so furchtbar gerne öfter drehe und stelle das erstmal beiseite. Es geht weiter mit dem Futter. Außenteil, also die Seite, das Steckfach K wird einfach aufgelegt, innerhalb der Nahtzugabe bei 0,5 cm festgenäht. Und wenn ihr dann senkrechte Nähte noch setzt, könnt ihr euch das Fach nach euren Vorstellungen unterteilen. So sieht das bei mir aus. Hier passt mein Handy sehr bequem rein, hier passt ein Stift rein und hier ist einfach über. Jetzt geht es weiter mit der anderen Seite, mit dem Reißbeschlussfach. Für das Futter nehme ich Variante 2, das ist Teil F und Teil H braucht ihr dafür. Und Teil H wird hier aufgebracht, das ist die Verstärkung. Und da festgebügelt, wie es auf dem Schnittmuster eingezeichnet ist. Wenn ihr das aufgebügelt habt, nehmt ihr euer Seitenteil, faltet das hier um, da ist die Markierung für das Reißverschlussfach und legt das Reißverschlussfach auf die Markierung. Dann könnt ihr das Papier wegziehen. Jetzt wird einmal um den Außenkasten drum herum genäht. Das Innere ist wieder die Schnittfläche. Direkt auf den Linien nähen, am besten nicht übernähen und wenn ihr mögt, könnt ihr die Stichlänge runterstellen auf 1,0, dann habt ihr sehr feine Stiche. Schlitz öffnen, dabei bis kurz vor die Ecke schneiden. Die Naht darf nicht verletzt werden. Jetzt könnt ihr das Taschenteil da durchziehen, auf die Rückseite und so hinlegen, dass die Naht wirklich in der Mitte ist. Das ist jetzt bei meinen Stoffen nicht ganz so wichtig, aber wenn ihr verschiedenfarbige Stoffe habt, dann fällt das schon auf. Ich gehe zum Bügeleisen und bügel mir das einmal schön hin. So sieht das bei mir aus. Ihr legt euren Reißverschluss dahin, und zwar mittig und bringt den am besten irgendwie ein bisschen an. Entweder steckt ihr euch dann Nadeln rein, ihr könnt es heften oder wie ich einfach festkleben, knappkantig rundherum absteppen. So sieht das von außen aus und so von hinten, von innen. Darauf kommt das zweite Teil F. Rundherum ein bisschen feststecken und dann mit 0,75 cm Nahtzugabe ganz rundherum nähen. Dabei natürlich immer das, was drunter liegt, wegklappen. Das dürft ihr nicht mit einfassen. Damit ist das Teil dann auch erstmal fertig. Könnt ihr zur Seite legen. Jetzt wird wieder der Ring zusammengesetzt. Das geht los, indem wir diese Reißverschlussstreifen an der Seite, die zum Reißverschluss zeigt, 1 cm nach innen umfaltet. Also der Streifen liegt mit der rechten Seite nach unten. Diese Teile auch. Jetzt wird das wieder zusammengesetzt, indem ihr das rechts auf rechts aufeinander legt. Das heißt, ich würde die hochnehmen, drehe das um, drehe das um. Das ist genau wie beim Außenteil, nur dass hier eben der Reißverschluss fehlt. Und nähe das hier einmal mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Das mache ich auch mit dem Teil auf dieser Seite. Wenn ihr mögt, könnt ihr direkt 1 mm oder 2 mm neben der eingezeichneten Nahtzugabe nähen, vom Rand weg. Dann ist das Futter ein kleines bisschen kleiner als der Außenstoff und passt sich besser an. Das ist meine rechte Seite. So sieht das von unten aus. Ich habe die Nahtzugaben wieder in das Seitenteil gebügelt. Jetzt kommt hier unten wieder das Bodenteil dran. Rechts auf rechts zusammenlegen. Und auch wieder mit 1 cm Nahtzugabe einmal abnähen und dann hier mit diesem Teil den Ring wieder schließen. Die Seitenteile werden jetzt genauso wie schon beim Außenteil eingefasst, indem ihr die Knipse aneinander legt und das rundherum feststeckt und dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm festnäht. Das ist mit diesem Stopp etwas einfacher, weil der einfach viel dünner ist. Nahtzugaben zurückschneiden auf etwa 1,5 cm. Die Außentasche ist noch auf links gedreht. Das Futter dreht ihr auf rechts und jetzt steckt ihr die Außentasche in die Innentasche. Jetzt wird vom Futter die obere Kante nach unten weggeklappt. Dann kommt hier die Nahtzugabe zum Vorschein und diese Nahtzugabe trifft auf die Nahtzugabe von der Außentasche. Steckt euch das ein bisschen fest. So sieht das bei mir aus. Habe ich mir schwieriger vorgestellt. Und jetzt wird also von Markierung 3 bis zur Markierung 3 und jetzt wird auf der beziehungsweise knapp neben der schon bestehenden Naht genäht. also direkt daneben Richtung Außenkante einmal von Markierung 3 bis zur Markierung 3 nähen. Am besten mit einem Reißverschlussfüßchen. diese Seite habe ich genauso festgenäht und wenn ihr es jetzt zurückklappt dann landet die Nahtzugabe die an den Reißverschluss genäht werden soll genau am Reißverschluss. Da steckt ihr euch das fest auf beiden Seiten und dann wird das tatsächlich mit der Hand mit feinen Stichen festgenäht. So sieht das jetzt aus. wenn ich erst mal angefangen habe mag ich solche Arbeit ganz gerne. Jetzt könnt ihr das Täschchen wenden und euch schon mal freuen über dieses süße Täschchen. Also ich finde die echt total niedlich. Ich finde die Form grandios. Ich mag meinen Stoff. Und ja jetzt fehlt noch das Gurtband. Da habe ich mich für Modell D entschieden. Das ist ein verstellbarer Taschengurt bei dem die Karabiner schmaler sind als das Gurtband. Das finde ich total schick. 8 cm erstmal abschneiden von eurem Gurtband. Es ist wichtig, dass dieser Steg von einem Karabinerhaken hier auf Teil 11 passt. Das ist genau im Buch beschrieben, wie ihr das anpassen könnt. Es geht los mit einem Stück L, einem Karabiner, dem Vierkantring und dem 8 cm langen Gurtband. Gurtband auf den D-Ring ziehen, den Karabinerhaken auf Teil F und jetzt wird das Gurtband 2 cm in den Stoff von Teil F gezogen oder gesteckt. Und jetzt wird hier, wo meine Klammern gerade stecken, einmal eine Box genäht, ein Rechteck. Wenn ihr mögt, könnt ihr einen X in die Mitte machen. Das lange Gurtband durch den D-Ring führen, auf der Rückseite umfalten und hier einmal festnähen. So sieht das bei mir aus. Jetzt nehmt ihr das Band gerade und zieht da eure Leiterschnalle auf. Und dann über dieses Ende noch einen weiteren D-Ring. Dann könnt ihr das Band wieder durch die Leiterschnalle ziehen. Hier ist der D-Ring. Und hier wieder umfalten. und an diesem Teil vom Band festnähen. Dieses Ende nähe ich jetzt genauso wie dieses Ende. Ich habe nochmal 8 cm Gurtband genommen, habe mein Teil L genommen, fädel das hier rein, nähe meine X-Box, wobei natürlich ich vorher mit dem Stück durch den D-Ring wieder muss. Gurtband einhaken und dann könnt ihr damit losziehen. Ich freue mich sehr über meine kleine Tasche. Die wird sicher sehr, sehr alt werden bei mir, weil die natürlich mit den Weihnachtssachen dann im Januar im Karton verschwindet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.